Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Dungeon. Wir haben Was haben wir nicht gemacht? Die vorher schon wieder haben wir gemacht Kakteen Schlucht wäre tatsächlich die letzte Mission, die gerade zur Verfügung steht. Feuer werden wir allerdings erst einmal Da haben wir zum Beispiel schon mal eine Jägerusson, die besser ist Aber ich will eine Eine grüne gibt es hier auch sowas wie grün und da gibt es hier nur scheißweiß Das ist alles klar vergessen Liga, oh, 45 dazu Rasend, was ist das hier? Ah ja, ja, ne finde ich nicht gut Braucht bessere Jägerüstungen Frostreißzähne Ein langen Bogen Eine Spitzhacke, aber alles Müll Aber tatsächlich alles Müll Oh, die ist sogar Legendary, nice Aber nichts Im Vergleich zu meinen Waffen Ja, wir könnten die anlegen, allerdings hätten wir dann keine Was haben wir hier eigentlich? Ja, das hier ist natürlich ganz cool Den brauchen wir eine Rüstung, die Einen ähnlichen Wert hat Ja, da finde ich ja keine Sehr schade Na gut Ich würde sagen, machen wir erstmal weiter Mit der Kakteen Schlucht Standard 4 natürlich wieder Wir brauchen noch drei Artefakte hier noch Eieiei, okay Let's go Ah, ich wollte die restlichen Münzen nicht ausgeben Vielleicht gibt es da tatsächlich nochmal einen Händler Der irgendwie ein anderer Händler Vielleicht kann man da explizit Gegenstände kaufen Weiß ich nicht Schauen wir mal Der Erz-Eliger will mit Hilfe einer Macht Die tief in einem uralten und vergessenen Wüstentempel ruht Eine Armee aus Untoten beschwören Diesen Tempel zu finden ist jedoch keine einfache Angelegenheit Denn der Zugang liegt versteckt in einer tiefen Schlucht In der sich vergessene Geheimnisse Aber auch hinterlistige Kreaturen verbergen Entzünde das Leuchtfeuer Gucken wir erstmal gleich hinter uns, ob es hier noch was gibt Fangen leider wieder mit 53 lächerlichen Pfeilen an Sehr ärgerlich Ich muss ja erst mal wieder Das ist, finde ich schade, dass die Pfeile nicht übergreifend gesammelt werden Ich war gleich in der ersten Runde Ich habe die 800 Pfeile, glaube ich Ein Geheimnis gibt es hier 5 geöffnete Truhen Also 5 Truhen, die man öffnen kann Noch eine Kiste, aha Schon die zweite Jetzt geht es wieder los hier Gerade noch so schöne Harmonie gehabt Das Verbrennen ist cool, das müssen wir ein bisschen stärker noch werden Aber ich habe keine Punkte zu investieren Da finde ich meine Armut ist tatsächlich schöner Radipunkte zu investieren Ein Stärketrank Schön übersetzt hier auf jeden Fall diese Map Okay Ich habe diesen Raum nicht gesehen Wer ist denn, die mir Pfeile gibt? Was hat die denn davon? Oh hellish Das hat wem Das sind ein paar mehr Gegner noch Darauf warten, dass ich da reinlaufe Alter, hat sich aber eine ganze Armee angesammelt Wow, der hat sich gelöscht, in dem man das Wasser reingelaufen ist Also, feuermäßig Auch sehr fies Oh, ich hab 262, ich hab irgendwie der Pfeiler herbekommen Sehr nice Nahkampfer mit Nahkampf besiegen Fernkampfer mit Fernkampf Wir sind gleich um 15 Dann haben wir 5er den letzten Skill von unserer Armbrust Ah, willst du da auch noch was? Hier Was zu haben Oh, vorhörter, sehr schön Nämlich beides mit Brot, 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 Brot Aber wer weiß, was in 30 Sekunden so alles passieren kann Ah, herrlich Zwei Stärke Tränke Ein Bogen Wo bin ich eigentlich da bin ich Und wo muss ich hin Ich hab keinen Plan Riesiges Areal Komm ich hier hoch? Ne Ich sehe einen Schatten von mir laufen Funktioniert das Leuchtfeuer Ah, ja Alle miteinander ist ja schön Nett von euch Da hinten ist noch eins Da hinten ist noch eins Ich bin noch nicht fertig Ich bin noch nicht fertig Ich bin noch kunden Der ganz untere Teil fehlt hier noch Oh, 96 Pfeiler haben wir noch Krass schon Das ist ja unfair von dir Mich einfach in die Luft zu sprengen Kiste? Keine Kiste Aber leider Nicht so tolles Wir haben alle Kisten geöffnet Jetzt ist nur noch der Geheimgang Oder das Geheimnis Muss ja nicht mehr der Geheimgang sein Skelett-Reiter Aha Also Macht ihr mit Damage der Kaktus? Ne 67 Pfeiler habe ich allerdings nur noch Ist nicht mehr allzu viel Hatte schon mal ein deutlich besseres Arsenal Oh, das ist ein Pfeiler Nichts 134 Lecker Kiste Eine Kiste Hast du Kisten gibt es ja auch gar nicht mehr Geheimgang Wüsten Zombies Das musste nicht sein Ein bisschen unnötig Wir sind sehr tanky Hätte ich nicht gedacht Hat mich etwas überrascht Oh, Vorräte Nice 177 Pfeiler Ich sehe auch die Mini-Map nicht Weil es einfach alles hell ist hier Ich glaube, wo ich hier lang laufen soll Dachte ich mir schon Ja, sehr gerne Ja, sehr gerne Was ist hier Was auch immer Das ist Ah, ein Schlüssel Verstehe Oh, Alter Wie wirfst du denn? Wer ist mit Zielen? Oh, nice Pfeiler Ah, herrlich Köstlich Muss ich den Bogen verbessern 40% Auslöser-Wahrscheinlichkeit Lief ja wie geschmiert Ein Erfolg Aller weiß ich nicht, wo ich die sehen kann Ah, die Masse am Feiern Das ist aber Gut, dass ich das nicht bezahlen muss Aber den nächsten Schlüssel Oh, der ist abgehauen Kann sein, wenn ich getroffen werde Ist der Schlüssel wieder weg Von meinem Rücken Ja Feilisch Komm her Werde ich getroffen Ist er erstmal weg Einfache Lösung Haben wir nicht treffen lassen Ganz einfach, oder? Ist der was? Herrlich Herrlich Nicht beabsichtigt Ja Gut Tag Und das 199 Pfeilchen haben wir noch Ist also noch ein bisschen was Ich glaube bis zum Ende Ja Wir sind ganz gut dabei Ich glaube wir werden keinen Mangel mehr daran haben Ich habe beide mitgenommen Und gleich auch schon Level 16 Fehlt nicht mehr viel Und wieder ein Boss Gegner So sieht das Areal aus Oh nein Das versperrt wieder die Tür So was Aber auch Habt ihr gehört? Ich habe mich ausgelacht Der Drecksack Hier so ein Wie so ein kleines Skelett So eine riesen Rüstung fallen gelassen hat Und noch mehr Tatsächlich kommen da welche Neues Event Tür geöffnet Noch ein Event Hier unten ist noch was Etwas Längeres Das werden wir uns noch mal ganz was angucken Und hier wird hoch Ja Aber hier ist nichts Weil über Schiss Komme ich überhaupt wieder raus? Ha! Eine Hechtrolle gemacht So sieht es aus Das war es schon Du hast den uralten Wüstentempel gefunden In Steingemei Fragezeichen Fragezeichen Eld Das würde ich ja gerne wissen Welche Schätze und Entdeckungen Wir darauf stoßen werden Ihr auch Leute? Da müssen wir beim nächsten Wieder einschalten Wir sind noch nicht am Ende Aber Oh Eine dunkle Kiste Ein Windhorn Fünf geschobene Blöcke Achso Wegstoßen Naja Brauche ich nicht Ein Trickbogen Haben wir noch zwei Händler Alles klar Mehr Händler wären cool Ja genau 1302 Münzen Haben wir Naja Schauen wir mal Der Wüstentempel Ist der Nächste Der freigeschaltet ist Und dann gibt es gar nicht mehr So viel Hier haben wir noch eins Schließe Feuer Schmiede und Wüstentempel Ab Dann komme ich da hin Naja Guck mal an die Freunde Dann würde ich sagen An der Stelle eine kleine Kurze Pause Und beim nächsten Mal geht es wieder weiter Mit Minecraft Dungeons Bis dahin Ciao Tschau 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 Tschau